Kapitel 1 Sam Sam, es gibt Mittagessen, rief Monika die Treppen hinauf. Ja, ich komme gleich, lass mich nur kurz die Seite zu Ende lesen, rief Sam abwesend. Sie las in einem Buch über die vier Clans des Waldes. Sie wusste nicht, ob es sie gibt. Ihre Mutter meinte, es gibt sie nicht und das war auch das Einzige, was ihre Mutter jemals dazu gesagt hat. Sie meinte, es wäre nur Zeitverschwendung, über etwas nachzudenken, was es nicht gibt. Sam seufzte. Sie wusste, dass sie runter musste. Ihre Mutter fragte, was Sam gelesen hat. Ich habe in dem Buch über die vier Clans des Waldes gelesen. Es war wieder sehr lehrreich und ich... Weiter kam sie nicht, denn Monika fuhr sie an. Hast du schon wieder in diesem Buch gelesen? Ja, sagte Sam bedrückt. Du musst aufhören zu denken, dass es sie gibt. Du bist doch schon zehn und in dem Alter sollte man langsam aufhören, daran zu glauben, sagt ihre Mutter scharf. Sam zuckte zurück. Aufhören an die Clans zu glauben? Niemals. Sie hatte sich versprochen, sie zu finden und das würde sie auch, wenn ihre Mutter sie nicht ständig entmutigen würde. Nun geh in dein Zimmer und erzähl mir nichts mehr von diesem Buch, sagte Monika. Sam ging mit hängendem Kopf in ihr Zimmer und las weiter bis spät in die Nacht. Am nächsten Morgen taten Sam die Augen weh und sie war alles andere als ausgeschlafen. Sie stand auf und machte sich fertig. Sie musste ja heute zur Schule. Als Sam von der Schule zurückkam, machte sie einen Umweg in den Wald. Plötzlich sah sie acht große Pfotenabdrücke auf dem Boden und sie führten genau zu ihrem Haus. Sie lief zu sich nach Hause und da sah sie die, die diese Pfotenabdrücke verursacht hatten. Es waren zwei Wölfe. Der erste war schön weiß mit einem schwarzen Fleck über dem Auge. Die andere hatte lange, scharfe Eckzähne, die aus ihrer Schnauze ragen. Ihr Pelz war schwarz mit einem leichten grünen Schimmer. Sam blickte die Wölfe halb ängstlich, halb neugierig an. Langsam gingen sie auf die beiden Wölfe zu, die sie hörten und mit hochgezogenen Läfzen herumwirbelten. Als Sam ihnen in die Augen sah, spürte sie keine Angst, nur Neugier. Auch die Wölfe entspannten sich und ihr Fell legte sich. Flammenherz wird sich freuen, murmelte die schwarze Wölfin zu dem Weißen. Wie bitte? fragte Sam unglaublich. Hast du gerade gesprochen? Die Wölfin sah sie mit großen Augen an. Du hast verstanden, was ich gesagt habe? fragten die Wölfin. Ja, sagte Sam. Das vereinfacht die ganze Sache ein bisschen, meinte die schwarze Wölfin. Was meinst du mit der ganzen Sache und vereinfachen? Dieses Mal war es der Weiße Wolf, der sprach. Du musst mit uns kommen. Wir sind weit gereist, um dich mitzunehmen. Aber ich muss hierbleiben, sagte Sam verwirrt. Wenn du nicht mit uns kommst, wir Flammenherzseher... Flammenherz? unterbrach Sam den Weißen Wolf. Du meinst die Flammenherz von dem Flammenrudel? Der Weiße Wolf schaute Sam verblüfft an. Woher weißt du etwas über das Flammenrudel? Ich habe in einem Buch über euch gelesen. Ich habe an euch geglaubt und jetzt steht ihr vor meiner Tür. Wenn du so viel weißt, solltest du erst recht mit uns kommen, knurrte die schwarze Wölfin. Nein, ich kann nicht mitkommen. Ich muss bei meiner Mama bleiben und bei der Schule. Ich würde wirklich gern mitkommen, aber ich muss wirklich hierbleiben. Es tut mir leid, sagte Sam traurig. Du wirst mitkommen müssen. Wir brauchen dich. Die Anführerin hat auch dir verlangt, schnaubte die schwarze Wölfin. Sam schüttelte den Kopf und versuchte an den Wölfen vorbeizugehen, die aber versperrten ihr den Weg ins Haus. Weißfeld sagte laut und bestimmt, du hast drei Tage Zeit, um es dir zu überlegen. Am dritten Tag kommen wir wieder und fragen dich noch einmal. Wenn du dann nicht willst, werden wir dich dazu zwingen müssen. Also hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst freiwillig mit oder wir müssen dich gegen deinen Willen mitnehmen. Sam schaute die Wölfe an. Sie hatte sich vorgestellt, dass sie wirklich die Wahl gehabt hätte, aber das war auch nur eine Vorstellung. Schließlich nickten die Wölfe und preschten den Wald davon. Sam schaute ihnen nach. Danach ging auch sie ins Haus und versuchte sich vorzustellen, wie es so wäre, wenn sie in dem Rudel mit dabei sein würde. Sie meinte sich ihr Leben im Rudel aus. Sam dachte an das harte Training, was sie vor sich hatte. Sam wusste nicht, was sie machen sollte. Sie würde gern mitkommen, aber ihre Mutter verlassen? Das wollte Sam auch nicht. Sie seufzte innerlich, dass die Wölfe ihr drei Tage Zeit gegeben haben. Sam ging auf ihr Zimmer und warf sich in ihr Bett. Es bringt nichts, egal wie ich mich entscheide, ich würde so oder so meine Futter verlassen müssen. Und ich möchte nur ungern von zwei Wölfen davon gezwungen werden, mit irgendwo hinzugehen. Wer weiß, was sie mit mir anstellen, dachte Sam. Sie setzte sich auf und holte ihren Schulranzen auf ihr Bett und machte ihre Hausaufgaben. Dabei dachte sie, wenigstens habe ich dann keine Hausaufgaben mehr. Dafür aber ein hartes Training. Als sie fertig war mit ihren Hausaufgaben, kam ihre Mutter nach Hause. Sam lief die Treppe herunter und begrüßte ihre Mutter. Aber Monika nickte nur. Was ist los? Fragte Sam. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was dich angeht. Als müsste dir etwas passieren. Als müsstest du weggehen. Musst du weggehen? Sam hatte Mühe, ihre Angst und Trauer zu unterdrücken. Aber dann führte Sam ihrer Mutter nur noch in die Arme. Sam weinte vor Schmerz. Sie musste ihre Mutter verlassen. Sie musste dem Flammenklan helfen. Sie wollte dem Flammenklan helfen. Was ist denn los, mein Schatz? Fragte Monika. Mama, du hattest recht. Ich muss dich verlassen. Ich muss gehen. Ich will gehen. Sagte Sam jetzt stärker. Sie wollte nicht weinen. Sie musste das hier durchstehen. Ihre Mutter hatte immer gesagt, dass Weinen ein Zeichen der Stärke ist. Den, wer weint, hat keine Angst ausgelacht zu werden. Wieso musst du weg? Und wohin überhaupt? Fragte Monika. Sie wird mich für verrückt halten, wenn ich ihr das sage. Sam seufzte. Ich habe heute nach der Schule Besuch von zwei Wölfen. Ich konnte sie verstehen. Sie haben gesagt, dass ich mit ihnen kommen soll. Ich habe gesagt, dass ich hier bleiben muss. Aber die Wölfe sagten, ich muss mitkommen. Ich habe drei Tage Zeit, um zu sagen, ob ich freiwillig mitkomme. Oder ob sie mich gegen meinen Willen mitnehmen müssen, erklärte Sam. Dann war es still. Eine Stille, die nur dann einsetzte, wenn jemand etwas erzählt hatte und der andere erst mal Zeit brauchte, um sich alles zu überlegen und abzuwiegen, ob man diese Person für verrückt halten sollte oder nicht. Schließlich sagte ihre Mutter, dann geh, wenn du willst. Sie werden dich brauchen, sonst würden sie dich ja nicht zwingen wollen. Außerdem, wenn die Geschichte wirklich wahr ist, dann möchte ich nicht, dass du gezwungen wirst. Monika nickte und sagte, so jetzt lass uns noch die Zeit nutzen, die wir noch haben. Sam nickte auch. Die beiden gingen Hand in Hand hinaus. Die nächsten zwei Tage vergangen wie im Flug. Die Wölfe standen wieder vor der Tür und dieses Mal verabschiedete sie sich von ihrer Mutter und ging mit den Wölfen in den Wald. Sie gingen ein gemütliches Tempo. Ich freue mich, dass du freiwillig mitgekommen bist. Jemanden zu etwas zu zwingen ist nicht schön, sagte Weißpads erleichtert. Als es dunkel wurde, machten sie es sich bequem. Die Wölfe putzten sich und Sam sah ihnen zu. Dammte ihr einen, dass sie sich noch gar nicht vorgestellt hatte. Übrigens, ich bin Sam, sagte sie schüchtern. Ich bin Weißpelz und das, er zeigte auf die Wölfin, das ist Laubzahn. Laubzahn leckte sich selbstgefällig die Lippen. Letzt euch kennenzulernen, Sam gehnte und legte sich hin, um ihre aufgewirbelten Gedanken zu ordnen. Am Morgen liefen sie weiter ohne Schwierigkeiten, kamen sie durch den Wald. Als die Sonne wieder unterging, waren sie fast beim Lager, aber sie beschlossen noch einmal zu schlafen. Als sie aufwachten, gingen sie sofort zum Lager und ohne ein Wort zu wechseln, schritten sie weiter durch den Wald. Am Lagereingang ging Laubzahn vor, dann Weißpelz und als letztes Sam. Das Gemurmel auf der Richtung verstummte, als Sam eintrat. Dann wurde das Gemurmel lauter, bis es fast schon Rufe waren. Flammenherz trat aus dem Baum, beobachtete Sam eindringlich. Komm her, Menschling, befahl die rote Wölfin. Sam kam zu ihr und folgte ihr in ihre Höhle. Nun, ich möchte, dass du bei uns bleibst. Der Klan braucht dich und du bist im Weißpelz Traum aufgetaucht und hast ihm gesagt, er soll dich holen. Willst du bei uns bleiben? Ja, ich werde bei euch bleiben, sagte Sam entschlossen. Was für eine freudige Nachricht, sagte die Eiferwölfin sichtlich erfreut. Ich werde es sofort dem Klan mitteilen. Sie gingen aus dem Höhle und Sam setzte sich unter den Hochfelsen. Flammenherz sprang auf dem Felsen und rief den Klan zusammen. Euch ist zu Ohren gekommen, dass wir einen Menschen aufnehmen wollen. Nun, das ist wahr. Hier ist der Mensch. Sie zeigte mit der Rute auf Sam. Das ist Sam. Sie bleibt bei uns und wird ausgebildet, wie einer von uns zu leben. Ich möchte, dass ihr sie akzeptiert. Von nun an wird Sam Braunflamme heißen. Und du, Nordwind, wirst ihr Mentor sein und sie dein Schüler. Nordwind neigte respektvoll den Kopf, zog aber eine Grimasse, als er Braunflamme anschaute. Die Versammlung ist aufgehoben. Sie sprang vom Fels und ging in ihre Höhle. Braunflamme ging in die Höhle der Jungwölfe. Dort traf sie auf einen hellbraungetigerten Wolf, der ihr freundlich zulächelte und zu ihr kam. Hallo, Braunflamme, bellte der Wolf freundlich. Hallo, sagte Braunflamme. Oh, wie doof von mir. Ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Hellflamme. Ich bin auch erst gestern zum Schülergenert worden, sagte Hellflamme. Hellflamme, was für ein schöner Name, bemerkte Braunflamme. Danke, sagte Hellflamme geschmeichelt. Ich lege mich schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, flüsterte er ihr ins Ohr.